Was? Wie? Bro, ich darf nicht lachen. Was? Ich soll jetzt einfach die nächste halbe Stunde... Bro, das macht keinen Sinn. Digga, weißt du was? Weißt du? Wenn du lachst, hast du verloren. Eine simple Regel, numero uno. Du lachst, du verlor. Egal was passiert, egal was du machst, du darfst nur eine einzige Sache nicht machen. Lachen. Und damit, yo, what's poppen, Leute? Es ist der Weltmeister des Nicht-Lachens, noch keine einzige Folge geworden. Guten Tag, hallo. Herzlich willkommen zu einer erneuten Ausgabe, Versuche nicht zu lachen. Eines euer Lieblingsformate. Aber okay, es läuft wie immer ganz simpel ab. Ihr habt mir ganz viele Clips eingeschickt. Ich werde mir jetzt die zusammen mit euch anschauen. Wir alle dürfen nicht lachen, Leute. Regeln ganz easy. Wenn ihr lacht, müsst ihr in die Kommentare schreiben. Ha, ha, habt ihr lacht? Und wenn ihr nicht lacht, könnt ihr in die Kommentare schreiben. Yo, Bro, ich hab nicht gelacht. Falls ihr neulich seid, du mir noch einen Gefallen. Abonniert jetzt noch kostenlos den Kanal, Leute. Es kostet nichts. Es dauert eine Sekunde. Hier steht das Abo. Und nein. Ey, ich vergesse es immer. Und wenn ihr mehr davon wollt, dass auf jeden Fall einen Daumen nach oben da bei 78 Likes kommt die nächste Folge. Und dann würde ich sagen, wenn ihr nicht länger drauf auf geht, fangt ihr euch mit dem ersten Clip an. Ich werde heute wieder mal nicht lachen. Let's go. Film ab. Huhu, okay. Spiderman, wieso machst du das? Ja, es fängt schon mal wieder ganz, ganz, ganz easy an. Wir haben Spiderman, der ein bisschen seine, wie nennt man das, Spinnenfähigkeiten gerade gefunden hat, ein bisschen ausprobiert. Und sich denkt, hey, komm, wieso werfe ich nicht diese Kanne auf den Typen da hinten in der Ecke? Spiderman, ich dachte, du, du, du rettest Leute. Aber egal, alles was zählt ist, Leute. Mund zu, nicht gelacht. Heute gewinne ich. Ist ja nicht so, als würde ich bei jedem einzelnen Clip lachen sonst, ne? Naja, der nächste Clip heißt Katzen sind dumm. Das wird high quality. Was? Nein, 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 nein. Ich hätte fast gelacht. Da müsst ihr mich mit weh verwechseln. Günther, was um alles in der Welt machst du da, Mann? Günther, die Katze sitzt am Boden, ne? Sie denkt sich so, okay, komm, alles klar, mann ich. Ich sehe dann den Ball, oh mein Gott, mein Herrchen will mit mir spielen. Und auf einmal... Günther, nein. Er war noch so jung, er war, er war doch noch so jung. Ich vermisse die alten Zeiten mit dir, bro. Yo, zwei Clips, immer noch nicht gelacht. Leute, ihr wisst Bescheid. Ey, es läuft gut, es läuft, läuft sehr, sehr, sehr gut. Wir schauen einfach mal direkt wieder weiter. Ich meine, wir hatten jetzt einmal Spiderman, der seine versteckten Talente zeigt. Und eine Katze, die absolut keinen Bock auf ihr Leben hat. Schauen wir mal, was als nächstes kommt. Handshake Fails. Es gibt eine Sache, die das Unangenehmste im ganzen Universum ist. Ein Handshake Fail. Ihr seht also hier so einen Bro, ne, ihr kennt ihn noch nicht allzu gut. Ihr denkt euch so, okay, komm, ich gebe ihm jetzt die Hand, bro. Oh mein Gott, Moment, warte, was mache ich? Mache ich den Check, gebe ich ihm nochmal die Hand, mache ich die Faust. Und auf einmal seid ihr in dieser Situation. Das schmerzt einfach nur im Herzen, das schmerzt einfach nur. Aber egal, wir haben jetzt schon drei Clips gesehen. Und ich glaube, ich war noch nie so gut und habe drei Clips überlegt. Leute, ich habe immer noch nicht gelacht. Wird das der erste Nicht-Lachen-Sieg eines Markis? Ich bin gespannt. Ich sage ja. Okay. Warte, was? Game over, Mann. Als, Mann, was? Ja, wir haben zwei Typen. Fragt mich nicht, wieso sich zwei Typen im Keller zum Flötespielen trifft. Die zwei stehen einfach gegenüber der einen, die sagt, hey, komm, Bro, genau so musst du es machen. Zeig dir ein wunderschönes Flöten-Solo. Und auf einmal haut der andere das raus. Die nächste Runde, Versuche nicht zu lachen, ist... Ah, Leute! Das ging nicht. Ich konnte das nicht überleben. Das war zu gut. Das war zu gut. Das ist zu gut geschnitten, Mann. Das ist viel zu gut geschnitten. Wirklich, ich... Den Punkt schenke ich euch. Leute, der Applaus geht an euch, Mann. Irgendwann wird der Tag kommen, das verspreche ich euch. Irgendwann wird der Tag kommen, an dem ich versuche, nicht zu lachen, gewinnen werde. Irgendwann ist es soweit. Irgendwann. Aber jetzt gehen wir noch zum letzten Clip. Leute, falls ihr noch nicht gelacht habt, okay, schreibt mir in die Kommentare, habt ihr schon gelacht oder habt ihr noch nicht gelacht? Denn jetzt kommt das grande Finale. Der letzte Clip, der entscheidet, ob ihr gewinnt oder nicht. Let's go, Film up. Gut, das war's auch schon wieder, Leute. Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich sehr freuen, wenn ihr jetzt einen Daumen nach unten lasst. Falls ihr abonniert habt oder falls ihr noch nicht abonniert habt, abonniert und aktiviert unbedingt die Glocke, damit ihr auch seht, wann die Videos online kommen und so weiter. Hier geht es zum letzten Video. Dieses Video wurde erstellt am 4. April 1974 von Marki dem Großen. Ist im 7. Jahrhundert passiert. Leider, leider, leider sind nicht mehr so viele Reste. Also klickt auf das Video, um es anzuschauen. Und ich halte meinen Bauch.